Okay, ich tue es. Ich werde es tun. Sie haben mir eben das Leben gerettet. Sie sind unglaublich mutig, Herr. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, welche Furcht Sie verspüren müssen. Sehen Sie, für mich ist Furcht etwas Unbekanntes. Also, um unsere Undercover-Story durchziehen zu können, müssen wir wie zwei Menschen wirken, die miteinander vollkommen vertraut sind. Der Feind würde jeden Schwindel bemerken. Sehen Sie, was ich meine? Tut mir leid. Diese Reaktion hätte unser Beider tot sein können. Tut mir sehr leid. Und das können wir uns nicht leisten. Nein, es tut mir leid, aber... Bleiben Sie ganz locker. Sie müssen verstehen, es ist einfach nur sehr lange her, dass jemand außer Harry mich so berührt hat. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Es ist für mich auch sehr peinlich. Entschuldigen Sie. Schon gut. Einfach zurücklegen. Ja, schon besser. Sie müssen sich einfach... einfach fallen lassen. Also, so ist es gut. Lass dich gehen. So ist es gut. Das ist wundervoll. Nein, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Wenn nicht für mich, dann... tust du es für dein Vaterland. Nein, das kann ich nicht. Ich tue auch alles, was ihr wollt.